Willkommen zu einem neuen video minecraft montags bis und ja es geht los flasche rakete oder ordner ich baue eine flasche ich baue eine flasche ich baue das ist ein geiles theater alter das ist echt ein geiles theater ja okay wir bauen eine rakete ähm rakete wir brauchen clay würde ich sagen oder roten clay vielleicht eine schwarze wolle schwarze wolle rote wolle eigentlich nicht weiße wolle vielleicht noch ein bisschen grau und glas vielleicht das hier vielleicht lieber wäre besser okay lasst mich mal kurz überlegen wir bauen eine rakete sprich vielleicht okay das könnte klappen so wie ich mir das jetzt vorstelle könnte es klappen bin mir da aber nicht so ganz sicher muss ich ehrlich zugeben ich baue jetzt erst mal einen grundfuß okay das ist schon mal ganz gut die rakete obenrum weiß würde ich sagen ich glaube wenn ich diese tage machen die nächste macht dann ein sticker glaube ich so das gut aus sieht das gut aus ich glaube nicht dass es gut aussieht ich glaube wenn wir so so dinge machen dann sieht es ganz gut aus vielleicht warum höre ich das eigentlich aus muss das doch gar nicht ausfüllen ist es kann auch wohl bleiben drin ach mensch ich bin aber so schlusslich gerade naja solange die zeit haben und die zeit am ende auch schaffen das kann ich von mir so ausfüllen eigentlich ne das ist ja relativ egal vielleicht setzen wir noch einen villager am ende rein der dann hier schön drin rum läuft alles und höhenmäßig genau soll das passen jetzt mal nach hier rein hier rein hier rein und hier rein hier hier und oben drauf noch zack 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 ok das sind dann die fenster von der rakete also die rakete war ja auch irgendwie fenster ne wo flugzeuge liegen die brauchen auf jeden fall fenster damit das irgendwie ganz gut aussieht hier können wir dann noch einen villager reinsetzen machen wir auch am besten gleich würde ich sagen spawn villager ist hier ja doch ich glaube rote spitze sollte funktionieren ok jetzt mal oben noch irgendwie so ein drauf ist das gute rakete ich denke jetzt schon du hast gute rakete ist das ding hier unten könnte man vielleicht noch irgendwie verbessern oder ne irgendwie nicht ne so vielleicht so mit sehr langen stets nach unten so das besser aus jetzt sieht eindeutig besser aus ich dachte mir das scherz war und sieht eindeutig besser aus wenn ich zumindest kann das eigentlich für die ansatz nicht so gut ok was hab ich jetzt an der anderen seite macht nichts ne das ist eigentlich eine voll geile rakete oder echt wie die rakete ist sogar ziemlich geil aus jetzt kann man allerdings vielleicht hier noch so weg nehmen oder ja jein ich weiß nicht keine ahnung jetzt kann man auf jeden fall noch iron machen iron nehmen und wie ich gesehen habe kann man hier den boden austauschen obwohl können wir den boden gleich gegen eisen austauschen ähm ja können wir aber hä ich konnte den boden gerade irgendwie mit ok 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 das ist interessant man kann ich den boden austauschen mit shift und rechts klick ok hab ich leider nicht ganz geschafft da ich nicht wusste wie es geht aber ok da was ist das ist ein eisenbahn eisenbahn lokomotive nein was ist das also bus dann ist in schien und da ist eine bahn drauf ähm zu nein das geht da nicht ähm ich hab mir gekauft ich hab mir gekauft hä was ist das was soll das sein park eisenbahn nein das hat auch nicht hin ok da wird ein e dampflok ne hä in jeder hintere was soll das sein schien äh schienen nicht das wird fast erraten schiene ah das ist schien ja da hättest du auch nur die schiene machen können da hättest du nicht den scheiß Zug drauf bauen müssen ne das Wollzug ne da hätten die schienen an sich auch gereicht ne da hättest du nicht noch irgendwie ach egal hartphase ist vorbei hab ich einen Punkt bekommen ich hab sogar zwei Punkte bekommen ha 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 cool das ist ne eigentlich schien an sich wenn gut gewesen hätte sein zu gelassen aber so ist das irgendwie nicht so gut zu erraten ne das muss ich ganz ehrlich sagen es haben auch ne wie wenig spieler hier in den Dings drin sind ne das müsste ja ziemlich kurz sein irgendwie oder das ist ne Dusche Perfekt ich hab's oh die Effekte sind voll geiles wieder runterplatschen blubb Leider ich dusche oh ja da werde ich sauber warte mal warte mal die ist doch weil ich weiß nicht hier ist eine Vertiefung genau ihr seht mich nicht es ist dunkel ich bin blau im Wasser und man sieht mich nicht äh welch geht es geht weiter vergesst das einfach so ok was hat mir gesagt ja das ist eigentlich das ist das ist ziemlich gut geworden ich hab die Dusche also man erkennt sofort was es ist das ist ziemlich gut würde ich sagen hab ich nichts gegen kann man schon mal ein gut geben ok was kommt jetzt dran kommt jetzt meins dran als nächstes ja 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 meins ja ich find das Theater hier voll geil und das ist ein ähm an ähm mensch hoch ich hab nicht mehr tipp mensch ähm zwerg dame was ist das ähm anime ich weiß es nicht was ist das hä das ist ja kleid ah da kam es klar ich ach Gott jetzt ja gut ich hätte jetzt auch nicht gewusst wie man es sonst umsetzen sollte das ist mhm ich gebe mir ich finde es ist eigentlich man weiß nicht wie wir anders bauen sie aber eigentlich ist es schon ziemlich schwer zu erraten ne ja was soll man sonst sagen ok rakete oh ja jetzt ist meins dran hier ne das ist eine tolle rakete oder leider das ist eine tolle rakete boom hat schon das erste der erste das rote erraten oder zwei das rote erraten ah dann noch der dritte und noch der vierte und gibt es überhaupt noch mehr ans nö gibt es nicht mehr haben alle erraten perfekt es gibt natürlich ich habe zwei punkte erhalten zwei punkte habe ich bekommen die frage ist warum wir manche echt so in Anführungszeichen so lange gebraucht haben lol guck mal da sind einfach die Villager drin die gucken die ganze Zeit nach oben Leute sind die eingefroren sind die eingefroren ich hab sie ja von oben gesetzt dann sind die eingefroren ok was ist das blumen ähm blumentopf nicht ähm äh scheiße ähm rose nein hä was ist das was ist das hä scheiße ja wie black ich weiß nicht was das ist ähm was ist das p pflanze ja das ist eine pflanze hätte man eigentlich wissen müssen die blume an sich ist gut aber so die pflanze direkt darin erkenne ich jetzt nicht ganz ehrlich die pflanze darin erkenne ich jetzt wirklich nicht ja verdammt 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 das ist 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 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 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5